Ja, bau mal, ey. Alter, schau, weh, ey. Ich wär wirklich schon dreimal fast gestorben bei dir, Alter. Bei mir oder bei mir? Bei dir. Oder sowohl als auch. Na, sowohl als auch waren's bestimmt schon 500 Mal. Nein, aber, Alter, dein Baumhaus ist wirklich ein Baumhaus. Und ich müsste mal bei mir langsam wieder weiterbauen. Meine Felder. In den Feldern? Meine Feldöse. Ich überlege immer noch, wie ich die baue. Ja, na, na, na. Wach, mal gucken. Loil, wir kommen hier direkt an deiner Truhe aus. Loil. Ja. So. Ach, ist doch schwul hier, komm. Ich weiß nicht, was du da grad probierst, Alter. Probieren tue ich mal. Von hier sieht man ja sogar den Wilms-Internet-Gedenkstein. Ja. Ja. Voll geil, ja. Da ist egal, reicht. So, warte mal. Hier war meine Kiste, genau. Loil, die ist ja schon voll. Ja, nimmst du die hier. Ach, warte mal. Nimmst du die hier? Ja, ja, ich weiß, ich sehe sie. Dankeschön. So, warte mal. Komm, vorher ist man von hier hier. Komm, jetzt mach ich das mal hier wieder zurück. So, dann werde ich mal jetzt die zweite anfangen. Und ich muss das mal die zweite anfangen, Mann. Ich hab weiterverstanden. Werde ich mal weiter anfangen? Und weiter anfangen? Ja, ich werde jetzt anfangen, weiter anzufangen. Hä? Bedeck mich. Find doch gar nicht. Ach so, falls du Kisten brauchst. Ich hab jetzt hier auch noch drei Kisten reingepackt in die eine Kiste. Oh mein Gott, verwirrt. Eine Kistenkiste. Ja. Also eine Kiste in der Kiste. Coole Sache. Wär geil, wenn man in die Kiste, die man weglegt, auch noch eine Kiste reinmachen könnte. Ja, Mann. Das wär mega geil. Es gibt doch so einen Rucksack-Mod, wo du... Ja, gibt's. Aber das Doofe ist, man kann nur auf Server-Plug-Ins installieren, keine Mods. Mann, ich meinte jetzt auch gerade für Singleplayer-Spielen. Ach so. Ja, doch, es gibt auch. Wo du dann ganz viele Rucksäcke mitnehmen kannst und dann im Rucksack immer nochmal einen Rucksack und nochmal... Und somit unendlich Zeug mitnehmen kannst. Und den einen Rucksack ist so viel Platz wie im Winter halt. Genau. Dann macht man einen Rucksack, dann macht man das komplett voller Rucksäcke und dort macht dann den ganzen Inventaren rein. Oder nochmal komplett voller Rucksäcke, ja. Da, hier, drei Stück. Ist ja nicht gerade der Welt. Der Welt? Nicht gerade der Welt, ey. Kann ja nicht der Wahr sein. Der Wahr... Ey, Alter, kann ja nicht der Wahr sein, Alter. Okay, äh, ich wollte jetzt mein Feld weiterbauen. Mal gucken, wie mache ich denn das? Und nebenbei hören wir die lieblichen Klänge einer Flüte. Ja. Ach, war das schön. Ich fand's doof. Du hast das gar nicht gehört. Ja, trotzdem fand ich's doof. Du hast meine Gefühle verletzt. Warte mal, nehm ich die Erde da nochmal weg? Ah, scheiße. Ich glaub, ich geh erstmal Erde ernten. Erde, erdu, erda. Erde. Erde, ernten, so. Hey, Barkeeper, noch ne Cola? Äh, ich, 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 ich versteh den Sinn dabei nicht, ja. Es versteht, verstehen bloß die, die, ähm, eine gewisse Parodie geguckt haben von einem gewissen berühmten Film mit einem Zauberer. Mann! Vollidiot. Ich wollte, dass das voll des Quiz ist, Alter. Jetzt wissen das alle. Jetzt quizzen das alle, ey. Schande über dich, Schande. Boah, ich bin jetzt auf Level 30. Lol, wirklich? Bin ich bei einem anderen Spiel auch, das nennt sich DC-Universe. Ja, da, da bin ich erst Level 29. Du cheatest. Ja, genau. Ne, Danny. Wir spielen die ganze Zeit zusammen. Und komischerweise will ich immer ein Level voraus. Ja. Lol, genau. Fick mich, Alter. Du Wichser. Was denn jetzt? Alter, dieser behinderte Creeper hier. Hat der irgendwas da oben reingerissen? Ähm. Ja, warum spawnen der denn hier? Oh nein, jetzt, jetzt. Oh, Alter, wehe mein Diamantschwert ist weg. Wie? Wo, wo, wo ist denn der explodiert? Nein, nee, nicht in der Truhe. Achso, gut. Das wär jetzt nämlich mega Scheiße. 25, ne? Ach ja, Sandärten ist schon was Spannendes. Muss man einfach mal zeigen im Let's Play. Genau. Da, 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 da. Und jetzt so. Was? Ne, deine Connection ist weg. Ich hab keine Connection mehr. Das halt wirken. Ja, was denn jetzt so? Haha, Danny ist getötet worden. Nein, ich hatte keine Connection. Ja, ich weiß. Connection lost. Ne, 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 ne. Nicht bei TS. Ne, ich weiß. Bei, bei, bei Minecraft. Meine Kraft. Aber ich wollt's, ich wollt's trotzdem noch einmal erwähnen. So, wie viel Erde hab ich denn jetzt? Oh, ist ja noch nicht viel. Noch nicht viel? Noch nicht viel, ne. Oder ist ja nicht mehr viel? Na, es war nicht mehr viel und jetzt ist es noch nicht viel. Oh mein Gott, Verwirrung. Ich bin verwirrt. Verwirrt, ja. Verwirrt. Oh, da fällt mir grad ne Story ein. Ich war ja in Tschechien, ne? Zum Trainingslager, ne? Erzähl bitte weiter. Es interessiert niemand. Nein, ich laufe. Erzähl. Ne, jetzt hab ich keine Lust mehr. Ne, ich möchte das jetzt wissen. Ne, ne, jetzt, jetzt ist es vorbei. Jetzt hast du verschissen. Ja. Jetzt erzähl ich es nicht mehr. Nö. 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 Jetzt ist es vorbei. Nein, jetzt erzähl ich nicht mehr. Ein geschnappter Leberwurst. Ja, na und? Leberwurst wollte Käse haben. Käse, Käse gab es nicht. Ein geschnappter Herrgast. Hä, das, hä, das, das, das ging mit Pätze so. Ne. Gar nicht. Du hast mal gar keine Ahnung. Ja, aber du hast noch viel weniger höher. Ähm, dann wo? Wenigerer? Ja, hat vier wenigerer. So, ich denke mal, die Erde reicht. Drei Stacks dürfen reichen. Nein. Drei Stacks reichen. Drei Stacks reichen, Alter. Aua. Stacks. Voll daneben gesprungen. Scheiße, jetzt komme ich hier nicht mehr hoch. Kacken. Am Arsch. Das ist eigentlich kacke, wenn man so ein Loop ist wie du. Hohohohoho. Hohohohoho. Effizienz 1, ey. Jetzt hat er seine Level geopfert, lol. Voll daneben, wie sich das so anhört. Uh, ich habe gerade zwei Pfeile gefunden, yeah. So, jetzt ist es ein bisschen besser. Was ist gerade besser? Ich hab auf, ich hab nirgendwo Facken in meinem Haus. Ich glaube, es ist ein bisschen besser gemacht. Ja. Sehr gut. Doch, ich hab doch fahren können. Ich hab gelogen. Du bist voll der Lügner. Lügnerer. Ja. So. Jetzt werde ich mal wieder deine gut konstruierte Treppe besteigen. Scheiße. Du bist voll grundkonstruiert, Mann. Grundkonstruiert? Ja, hab ich gesagt. Boah, das ist ja voll hier. Hochwissenschaftliche Sprache. Warte mal hier, Kohle. Was koholst du? Kohle. Ah, ich hab ja noch. Kohle. Ach, Kohle. Ja, Kohle hab ich auch noch ein bisschen. Oh nein, it's raining. It's raining, Mann. Dann werden wieder meine Frames... Ich spiel bloß mit 20 Frames, ey. Was ist denn da los? Ich mit 42. Wegen dem Regen jetzt bestimmt. Alter, jetzt hab ich 64. 64 Stöcker. Was will ich denn damit, Alter? Wieso hast du dir auch 64 Stickys gemacht? Ich hab schon extra voll wenig. Also ich hab schon nur 16 mal 60 so eine Blöcke gemacht, ey. Da hab ich mich verrechnet. Ja, etwas. Verrechnung. Weil, ne? Ein so ein Block gibt ja 4 Stickys. Gar nicht. 800. Also, beziehungsweise 2. Was, 800? Ja. Du mich auch schon... Nein, wo renn ich denn jetzt mit der Erde hin, Alter? Ich bin so behindert. Ja. Da bist du gerade hierher gekommen. Obwohl ich die Erde für mein Feld gesammelt hab. Das Feld ist mir aber auch erst aufgefallen, als ich schon fast da war. Es ist reining, Mann. Hallo, Julia. Es ist reining, Mann. Hallo, Julia, ja. Ja, es ist reining, Mann. Es ist reining, Mann. Das Mann. Das Mann. Hey, das ist, wenn du dieses Let's Play sehen solltest, was ich nicht glaube. Und auch nicht hoffe, ehrlich gesagt. Denn das ist eklig. Oh, Danny, du bist... Du bist so böse. Ich hab Angst davor. Davor. Und völlig. Ich kann mich nicht. Bitte. Leif. Ach nee, es war was anderes. Komm zurück? Das war ein anderer. Also, es war ein Film, glaube ich. Ein Film? Ich hab's geklaut aus einer Parodie, aber es war eine Parodie von einem Film, deshalb war's doch geklaut aus einer Parodie-Film. Oh mein Gott. Das geht nicht. Ich darf über sowas nicht nachdenken, ansonsten platzt mein Gehirn. Nicht, dass du das Gas auf die Umwelt verpestest. Nee, das war gerade auch ein Zitat aus einer Fan-Parodie. Ach so. Nämlich aus Harry Potter und einem Stein von Ron. Ich darf über sowas nicht nachdenken, ansonsten platzt mein Gehirn. Das sind keine... Um einfach nur zu empfehlen, weil ich hab... Ich hab nämlich festgestellt, so von den jüngeren Leuten kennt es kaum noch einer. Ich kenn's. Ja, aber erst nach... Nachdem ich's dir empfohlen hab. Ja. Und wir haben das damals, früher, das fanden wir total geil, so als kleine Kinder. Wilbens Racing, aber das ist ein Ditte. Ach du Scheiße, besser nicht. Nee, guckt euch nicht an. Deabonieren. Nein. Ist das überhaupt legal, Wilbens Racing? Ich weiß es gar nicht. Oder zu machen? Wie machen? Machen wir das hier legal? Ach so, ja. Ich mein, die gerade eigentlich gucken. Wusstet ihr eigentlich, dass 60% der meistgeklickten Videos der Welt in Deutschland gesperrt sind? Ja. Äh, lol. Dabei wurden die alle aus Deutschland angeklickt. Also Deutschland, Deutschland ist das Land, wo die meisten YouTube-Videos einfach mal gesperrt sind. Ja. Behindert, oder? Ja. Das find ich auch echt doof. Bestimmt alles wegen GEMA und, äh, keine Ahnung. Nee, die GEMA hat nur vier Videos verboten oder so. Hab ich mal gehört. Was? Echt? Ja. Also dann... Die sind im Streit mit YouTube. Dann, dann, dann hat, ähm, mein Video früher... Ich hab gesagt, aber egal. Blaaa. Ich hatte, ich hatte ja mal früher einen eigenen Channel. Da hatte ich auch ein Video drauf, was auch durch die GEMA, was auch durch die GEMA gesperrt wurde. Ja. Ah, ja. YouTube sagt immer, dass es durch die GEMA ist, dass es dieser große Streit zwischen GEMA und YouTube. Hab ich so gehört. Echt? Mhm. Krass. Ja, das ist so ein großer Streit zwischen GEMA und YouTube. GEMA hat nämlich so viel Beatles verboten und die wollen das eigentlich nicht, dass die anderen auch verboten werden. Also viele und zwar aus deren Namen. Ja, genau. Äh, von deren Namen, oder? Und, ähm, irgendwie so war das. Na, dann muss ich mich mal an YouTube wenden, warum die denn einfach mein Video gesperrt haben von damals. Das war an mir voll toll. Naja, eigentlich, eigentlich war es scheiße und hatte... Ich hab mir angeguckt, es war scheiße. Hä, welches meinst du gerade? Reden wir vom Gleichen? Äh, sagen wir mal vom Verein. Ja. Ich fand es scheiße und da kommst du immer runter. Das hab ich nicht mal selber gemacht. Ich fand das voll gut. Nee? Nee, das hab ich nicht selber gemacht. Das hab ich mir geben lassen von einem aus unserem Verein. Nee, das war eine Aussage. Nee, das war nicht gut. Ähm, manno. Ich kann das ja leider nicht behaupten. Also, ich weiß ja nicht. Nee, nee, du kannst es ja nicht beurteilen. Scheiße. Aber man kann sich noch angucken. Nee. Doch. Das hat man uns trotzdem noch angeguckt. Ja, weil... Weil ich Inhaber des Kanals war. Aber alle anderen Leute können sich das nicht angucken. Äh, ja, immer noch bin, aber... Du kannst den Namen nicht mehr, wa? Doch, doch, doch. Ich kann mich auch damit noch anmelden. Aber bringt ja nicht wirklich was, weil das Video... Es hatte fünf Klicks nach drei Wochen oder so. Cool. Cool, Alter. Also, es war richtig Fame, Alter. Boah, das regnet ja, ne? Ja, es regnet. Na, du siehst es ja nicht, wenn du immer nur drinnen hockst in deiner Bude. Ja, nee, ich komme jetzt nämlich mal raus. Alter, äh, äh, was denn... Ach, du, ist hier immer noch... Was, du kommst mal raus, du Höhlenkind? Das ist unglaublich. Ich bin Höhlenkind. Du Höhlenkind. Na, ha, ha. Alter, was hast du denn da gebaut? Wer? Na, du. Wer? Posney. Ach so, naja, das sind alles noch Vorbereitungen. Was, Xavier? Was, na, du? Was? Okay. Ähm, Danny, ich komme mal zu dir, ja? Zu mich? Du musst aber übers Feld zu ihm gehen, weißt du? Ist leichter. Okay. Der einzige Weg, wo jeder zu mir kann. Ja, wo es auch halbwegs, halbwegs sicher ist. Gibt noch einen anderen Weg aus dem Dschungel, findet ihr nicht. Ich habe mal einmal gefunden. Nee. Doch. Ich habe mal einmal gefunden. Das ist der dick nicht. Nicht mehr. Das ist ja wieder neu. Du, 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 du. Posney, du kommst zu mir hin. Lol, es ist schon wieder Weihnachtsmusik. Aber singst du dazu? Ja, warte, es ist mir gerade so aufgefallen. Oh, das ist ja peinlich, ey. Du, 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 du. Ach nee, das war ja. Nee, doch. Warte, hä? Egal. Das war aber keine... Ach nee, das war Hochzeit. Ja. Irgendwas war das doch. Ich wusste ich doch. Irgendwas, was toll war. So ein bisschen vielleicht toll. Also, der... Ich finde das Bommus-Zeug. Übertrieben groß, Mann. Ja, das ist... Ach, Pfarr, ich bin aber. War nicht groß. Ich glaube, wir machen mal so eine Vermittlungsbörse auf. Danny will auf jeden Fall heiraten. Bei Interesse, wenn Sie sich bitte an unseren Kanal will, im Racing oder schreibe einen Kommentar unter diesem Video. Ich kenne gerade nervöse Zuckungen. Alter, Danny. In meiner Faust. Er ist auch typenoffen, also Männer oder Frauen, das ist ihm total egal. Nein. Doch, das kann. Alter spielt auch keine Rolle. Oh. Na, kommt drauf an, ne? Also, bei 12 hört sich schon auf. Das ist mir nicht so zu alt, ne? Ich bin ja noch im Kindergarten. Ja, Danny ist erst 5. Oh, sorry. Oh, weia. Warum ist es ja nicht mehr gelungen, dass ich im Kindergarten bin? Oh, 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 oh. Ja, das bringst du auch schon zum dritten... Nee, gefühlt zum zehnten Mal. Dass es nicht gelohnt wird. Ja, aber es ist immer noch wahr. Ja, es ist wahr, es stimmt. Solange es die Wahrheit ist... Der Wahrheit, Entschuldigung. Das Wahrheit. Das Mann. Ich finde das total lustig. Das Mann, ey. Ich weiß gar nicht, was er meint. Das ist so richtig. 100 Prozent, weiß es ja nicht. Ja, deswegen... Die brauchen gar kein Dach hin, wie geil. Hier regnet es sich runter. Echt nicht? Nee, hier nicht. Weil hier der Baum drüber ist. Ich verreiße das ab. Boah, so ein Baumdach. Lol, ich habe keine Erde mehr. Am Arsch, Alter. Nein, oh Mann. Ach, am. Arsch. Ja, genau. Das habe ich gemeint. Das tust du gemeint? Hier ist ein Wundcreeper. Hier ist ein Wundcreeper. Okay, ist weg. Jihi. You mean that? Very, very, very seriously? Genau. Ich habe gerade Hunger. Ich muss mal essen. Ich, 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 ich esse die ganze Zeit hier neben, aber weil... Nee, ich meinte eigentlich Minecraft-Essen, aber auch egal. Ich meinte Reallife, Alter. Reallife meine ich doch. Reallife? I, ist ja voll doof. Reallangweif. Reallife kenne ich gar nicht. Was ist denn das Reallife? Ich kenne das nicht. Reales Leben. Hab ich nicht. Hab ich einfach mal nicht. Na stimmt, dein Leben ist das Latzplei. Übrigens, Danny, ich hab, ich hab, ich hab noch Tropenholz doch noch in meiner Kiste gehabt. Voll gar nicht. Du warst bloß zu blind und hast es nicht gefunden. Wo meinst du überhaupt? In meinem Haus hier, in meinem Bauernhaus. Boah, nee, ich wollte da ein Kind Tropenholz. Das fand ich doch kacke. Was, was wolltest du denn dann? Quatsch. Stimmt gar nicht. Ich hab gesagt, bring mal Tropenholz mit, weil ich wusste, dass du was hast. Ach so. Ja, kann ich... Oh, und ich stelle schon wieder fest, dass wir viel zu wenig Lieder in der Playlist haben. Ich muss mich da echt mal ansetzen. Nein, machst du nicht. Ich bin danach das Spiel des Zwarms gekauft haben. Nein, ich sag doch nicht, dass ich es heute mache. Ich hab ja auch gesagt, irgendwann mal. Miau, ich sag irgendwann mal. Nee, Entschuldigung, war geklaut. Wow, ich sag irgendwann mal. Wow. Ach, apropos Wauwau, um wieder auf die Story zurückzukommen, die in Tschechien war, da waren nämlich auch Tschechenleute. Also Tschechien, logischerweise, in Tschechien soll es auch Tschechien geben, das ist unglaublich. Ich glaube nicht. Das glaube ich dir nicht. Das glaubst du mir nicht? Ach, verdammt. Ja, okay, du hast mich erwischt. Und einer von uns hat zu einem Hund halt Wauwau gemacht, weißt du? Und da, Gewitter! Und da dachten die Tschechen wirklich, dass wir in Deutschland zu Hunden Wauwau sagen. Nein, oder? Doch, das haben wir dann aber noch alles aufgeklärt, dass wir zu dem doch Hund sagen und nicht Wauwau. Was sagen die dann in Tschechien? Ich hab's schon wieder vergessen. Warte, ich kann's ja mal, ich könnte es, Niki, 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 mach mal hier Translator an. Popcorn. Ja, was? Und mach mal von Deutsch auf Englisch und dann Hund und dann weißt du, was sie... Das heißt bei den Katzen und Katze heißt bei den Hund. Ja, genau. Also du meinst Tschechisch, Englisch, du voll aus. Nein, du sollst von Deutschen ins Englische übersetzen. Wieso das denn? Na, Hund, wir wollen wissen, was Hund im Tschechischen heißt. Und ich glaube, du hast gesagt von Deutsch in Englisch, ja? Nein, von Tschechisch, Mann. Ja, ich hab' ich versprochen. Hehl doch.